ja und ja herzlich willkommen zu einer weiteren Folge genau äh, in W3 alleine willst du mich vielleicht joinen? Hallo? ja, da ist der Lennox willst du mich vielleicht trotzdem joinen? nee, ich will alleine spielen ok also da, Lennox eindeutig Clan Match hier 101 Waffenspiel was, wir sind dein Clan? nee hab ich was verpasst? ja, nächstes erst mal ein, dann ja, nächstes hat man schon die letzten ganzen zwei Socken, die der Sets net alone gezackt und ja, ich hab sie hehehe schlecht als Modus schlechter Knecht uuuuh roter raus naja, dann zeig mal ladebalken mal ich sag nur host f*** dich nehm bei Leute äh, wenn ich mich ein bisschen komisch anhöre ich tue es vielleicht, weil ich äh, vor kurzem ähm, keine Zahn-OP hatte ist doch ein bisschen äh hab grad ne dicke Kongo-Lippe mach doch einen auf King Kongo-Lippe ne, aufs Schwarzen hehehe natürlich hab ich nichts geschwarte, warum sollte ich das gehen schwarzer ja, du redest sich immer weiter rein, hör lieber auf ja, kann sich auch mal rein drehen, macht vielleicht mehr Spaß ne, ne warum denn nicht? wein wein baum ja, nach den 5.000 Stunden hast du ja alle beiden folgen boah äh, F.S. schwang äh, unschwer zu erkennen Wachenspiel bis zu 18 gebrachen halt ich suche den Lennox doch hier es ist ein bisschen anders wie ein DayZ ne? jo klar natürlich verspüße der Gerhard ja ja ich sag mal ja ich hab natürlich den Nachteil durch die Digge nicht schon wieder viel Lust ey das Schmolgesicht auf dem Faktor Na wo kommst du rum? ich bin hier ah Bildschimpel ausgeht scheiße na wo bist du denn? wo bist du? ich muss glaube ich ein bisschen episch ja klar viel zu große Map ja du hast sie dir ausgesucht du hast wieder gesagt soll ne Zahl wählen ich wusste nicht mal als du das willst ja 1 plus 6 so wie wir die Maps ausgewählt haben Alter von Silent getrennt Genius Moment ich steuern grad wieder rein ja so macht man das neue Freunde Aufnahmefälle von Feinds ich kämpfe auch nicht ich kämpfe auch nicht das ist ein doppelt Nachnamen weil ich mich zufrieden erlegt habe was hast du in die Luft schießen vergessen ich werde schon weiter mit dem Waffen aber ja ich weiß aber sagt nein mehr Lack als Skil hab ich alles in der Aufnahme ja sicher okay ein Waffenraum wenn ich ein Messer da war ich roter als die Dianer der gerade auch am verblutnet was das ist aber ich habe geschossen ich schieße erst wenn ich meinen Posi habe ich schieße doch nicht bevor ich eine gescheite Posi habe da habe ich ihn wieder gefickt wir werden hier noch sehen wer zuerst macht doch am besten da warst du zu langsam da hat die hoffnissen Leckung gefehlt ja 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 bis jetzt bis jetzt ich hole dich gleich schon alles 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 ich bin alles jetzt ich bin ich bin Jupp. Glaubst du wohl nicht im Ernst, dass ich mich da nochmal zeige? Alter. Ey, wie ich drauf war, wie ich drauf war. Ja, gleich sieht man es nicht aus, der Welt ist auch geworden, ja. Scheiße. Alter, da habe ich gut gefressen. Das ist aber auch ganz schön. Man trägt ja nicht mal ansatzweise. Da seht ihr das Ei vom Profi-Spieler. Alter, bang hier. Da fehlt irgendwie ein Schuss von dir, oder? Ja. Habe ich doch schon extra abgesetzt. Ich habe gleich, wo ich zum Haus rein bin, abgesetzt. Ich schieße gar nicht. Nur weil du nicht auf die Karte schaust? Ich schieße nicht. Ja, ja, du brauchst mich nicht schießen, ich weiß, wo du bist. Ausnahmsweise, hä? Oh, der war hart. Ja, mit der Schrot. Da war ich beinahe dran, Alter. Wie oft ich dich getroffen habe, das geht gar nicht klar. Ohoho, das war jetzt Pech. Grad nachladen. Nein. Kopf mal Kopf, Alter. Warum bist du mit der nicht auf Entfernung geblieben, frage ich mich gerade. Deine Spass ist auch eine Entfernung, Schatz gar nicht. Oh. Oh. Hat ihn gut gegeben, ne? Was? Nee, nein. Ah, Scheiße. Oh, das ist eine schöne Waffe. Ja, da hat er mich erwartet, da hat er mich erwartet. Kann man sich denken, nach einer Zeit. Scheiße. Weil ich gerade den Schuss abging, zu zeigen, wo ich bin. Ja, und warum ziehst du da nach oben? Oh, dass ich dich hier in Notfall ins Kopf nicht trage. Hast irgendwie den Sinn des Spiels nicht verstanden, hä? Doch. Scheiße. Da haben wir gleich im Moment gehört. Komm, schluck nicht. Du hast das keiligstes Mal getroffen. Ich hab's auf Video. Weil ich seit der Surprise machen kann. Ich hab' dich nicht mal gesehen. Ich hab' dich nicht mal gesehen. Ich hab' dich nicht mal gesehen. Ich hab' dich ja bloß noch in den Armen gesehen und hab' auch den gehalten. Ja, schlecht. Hä? Ja Wo kämmt der Spacken, hä? Boah, gibt den Ja Nein, da muss ich stehen bleiben Voll Quickscope, haha Genau Ich finde die Waffe hört sich immer so hohl an Von den Schüssen her Super Ja, drei Newtubes, ne? Drei Mit der letzten ist aber Quickscope, ne? Ja Ja, müssen wir den mal kurz schreiben Mhm Doch, Sven hat mich grad eingeschritten Hat irgendwann geschritten, dass wir den Autos gehen Boah Der darfst jetzt Quickscopen Ja genau, ich und Quickscopen Ich muss nochmal lesen, wenn die Aufnahme oben ist Ich muss nochmal lesen, wenn die Aufnahme oben ist Leute Doch Drei Messer, ne? Oh? Ja Ja Viel zu holter Sound, finde ich Okay Ich hab ehrlich verloren Ehrlich Ah, war knapp Zwei von drei Mach mal zwei von drei Also gleich hinterher hängen Wie bitte? Wir hängen also gleich hinterher, also Klar man Einfach wieder Start Du suchst dir ne Map aus Du hast Du hast Du hast